Na endlich kann ich die Playstation 5 vorbestellen und um mal ein bisschen Kohle zu machen, nehmen wir am besten gleich 100? Maximal eine Playstation 5 pro Kunde. Was ist das denn für Mist? Hallo und willkommen zu einem weiteren Konsolenews Video. Endlich werden die Konsoleros sagen, ja endlich wieder Konsolenews. Und ja, das sag ich ja auch, wir müssen der Wahrheit aber nur mal ins Gesicht gucken, News zu Playstation 5 und Xbox Series X wird es in den nächsten Wochen wohl erstmal ein bisschen weniger geben. Ist ja auch logisch, es wurde ja so gut wie alles zu beiden Konsolen gesagt. Trotz allem wird es aber natürlich weiterhin regelmäßig Konsolenews auf diesem wunderbaren Kanal hier geben. Daher kann ein Abo vielleicht doch nicht so ganz schaden. Aber genug des Vorgeplänkels, heute reden wir auf jeden Fall nochmal ausschließlich über die Next-Gen-Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X. Wobei die Infos zu Playstation 5 natürlich wie meistens deutlich zahlreicher sind. Los geht's aber erstmal mit der wohl leistungsstärksten Konsole des uns bekannten Universums, der Xbox Series X. Und an alle Playstation-Fanboys da draußen, es muss jetzt doch nicht wieder eine Diskussion in den Kommentaren stattfinden. Ich habe es hier nämlich schwarz auf weiß. Die Xbox Series X ist die leistungsstärkste Konsole des Universums und wenn's hier doch steht, da muss doch wohl auch stimmen, oder nicht? Und genau darum geht's noch im ersten Thema und wer hätte es auch nur ansatzweise erahnen können, natürlich geht es auch hier wieder um Phil Spencer, Mr. Xbox persönlich. Und bei ihm würde ich mich übrigens nicht wundern, wenn er sich ein Xbox-Zeichen auf die Popacken hätte tätowieren lassen. Und den guten Phil haben die netten Kollegen von der GameStar interviewt. Und dort ging es dann unter anderem auch um das eher, ja, klobige Design der Xbox Series X. Auch oft Kühlschrank genannt. Wobei, ich bleib dabei, so einen Kühlschrank, den fände ich schon ziemlich cool. Aber warum sieht die Xbox Series X denn jetzt auch aus, wie sie halt aussieht? Warum nicht so ein aufwendiges Design wie bei der Playstation 5? Bei dem ich mich übrigens heute immer noch frage, wie eigentlich die Kühlung darin aussehen soll. Bei der Xbox Series X ist das ja schon lange klar und in dieser Explosionszeichnung auch ziemlich gut zu sehen. Und genau das ist halt wohl auch der Grund für das Design. Einfache Designs bieten halt die Möglichkeit einer optimalen Kühlung. Und laut Phil stand bei der Xbox Series X die Leistung auch an erster Stelle. Es ist also keine allzu große Überraschung, dass die Xbox Series X so viel Dampf hat. Xbox-Fanboy, boh! Unglaublich. Hier wurde also ein gänzlich anderer Ansatz genutzt, als ihn zum Beispiel Nintendo nutzt. Oder halt auch Sony selbst. Denn wenn man Sonys PR so zuhört, dann scheint die komplette Playstation 5 ja nur um die SSD herum aufgebaut worden zu sein. Weiterhin ist so ein Gehäuse natürlich auch nötig, damit die Konsole nicht allzu laut wird. Ein Problem, mit dem halt besonders die Playstation 4 zu kämpfen hatte. Und deswegen würde die Konsole halt so aussehen, wie ein PC wurde gesagt. Aber auch weil sich PC und Konsolen laut Phil halt immer mehr annähern. Und nein, das sind nicht meine Worte, sondern halt wie gesagt seine. Denn für mich sieht die Xbox Series X nun wirklich nicht aus wie ein PC. Keine Ahnung, wie der jetzt darauf kommt. Und ja, das sind jetzt keine weltbewegende neuen Informationen. Denn wer ein wenig nachdenkt und sich das trotzdem schicke Gehäuse mal so ansieht, der wird sicherlich auch von selbst auf sowas gekommen sein. Und wer sich das ganze Interview mal in Ruhe ansehen will, findet dies im Bericht von GameStar, den ich natürlich unter Video hier verlinkt habe. Und der Phil, der gibt ja auch immer wieder zum Besten, wie wichtig die auf der Game Pass für Microsoft ist. Und der macht offenbar auch überhaupt kein Hehl daraus, dass der Game Pass sogar der eigentlichen Konsole vorgezogen wird. Ja, und so ganz überraschend ist das ja eigentlich nicht. Denn auch Microsoft konzentriert sich hier wohl voll und ganz auf die Cloud, beziehungsweise offizieller Name sogar xCloud. Also das Microsoft eigene Streaming-System für Spiele. Eine Technik, die echte Hardcore-Gamer wohl eher nicht so gerne mögen, die wir aber wohl auch nicht unbedingt verhindern werden können. Das Thema wird kommen und wird leider immer wichtiger werden. Wie gesagt, leider. Das positive ist nur noch, dass xCloud nun ganz offiziell dem Game Pass hinzugefügt werden soll und noch dazu keinen Cent extra kosten soll. Man bekommt also zum gleichen Preis deutlich mehr Möglichkeiten als bisher. Und das ist ja ehrlich gesagt nie verkehrt. Ob und wie sich das Ganze jetzt überhaupt durchsetzen wird, ist aber weiterhin fraglich. Denn Dienste wie zum Beispiel GeForce Now oder Google Stadia sind zwar teils ganz brauchbar, trotzdem sind es weiterhin natürlich Nischenprodukte, von denen selbst viele eingeflaschte Gamer noch nie irgendwas gehört haben. Nicht ganz neu, aber aktueller denn je ist noch die nächste kleine Info. Besonders für alle, die mich regelmäßig auf Twitch verfolgen. Denn hier gucke ich mir auch regelmäßig mit euch zusammen entsprechende Internet-Events an. Und am Donnerstag, dem 23.07. ist es dann wieder soweit, denn ab genau 18 Uhr deutscher Zeit wird es einen Xbox Showcase geben. Also werden neue Spiele gezeigt, die bisher so weit hoffentlich noch nicht gezeigt wurden. Hoffentlich auch mit echtem Gameplay und vor allem auf echter Xbox Series X Hardware. Denn ich will verdammt nochmal kein Xbox Event mit Grafik von einer RTX 20 ACT im PC haben. Gerechnet wird ja hauptsächlich mit vielen Microsoft-Titeln, wie zum Beispiel Forza, Gears of War oder auch Halo. Aber auch einige Third-Party-Titel soll es dort zu sehen geben. Es wird also mal wieder ziemlich spannend und die letzten Events, die haben mir auch ziemlich viel Spaß gemacht. Besonders, wenn wir diese zusammen angeguckt haben. Los geht es auf meinem Twitch-Kanal, so ab 17.30 Uhr würde ich sagen. Und ja, ab 18 Uhr findet dann das eigentliche Event statt. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns. Und jetzt geht es endlich weiter mit der PlayStation 5. PlayStation Fanboy, buh. Ach, im Moment ist in seinem PlayStation 5 ja die Hölle los. Und es geht eigentlich nur um ein Thema. Nämlich Vorbestellung der PlayStation 5. Erwartet wurde das Ganze ja übrigens bereits zum 13. Juli hin. Aber, ja, getan hat sich natürlich wenig, wie ihr merkt. Okay, Amazon Australien hat eine Pre-Order-Seite online gestellt. Hiervon distanziert sich Sony übrigens ganz offiziell. Daher ist es aktuell weiterhin so. Vorbestellungen der PlayStation 5 sind aktuell nicht möglich. Sony will hier aber auch gar nicht über Stürz handeln. Was ich auch nur logisch finde. Wer ernsthaft damit rechnet, dass man die PlayStation 5 von einem Tag auf den anderen plötzlich vorbestellen können wird, der hat wohl, glaube ich, die letzten Konsolengenerationen verschlafen. Selbstverständlich wird sowas immer frühzeitig angekündigt. Und es gab ja sogar Meldungen, dass es vor allem in Geschäften aufgrund der Gerüchte, also nur der Gerüchte zu diesen Vorbestellungen, schon lange Schlangen gegeben haben soll. Und dazu kann ich eigentlich nur eins sagen. Oh Mann. Leute, denkt doch erstmal nach, bevor ihr euch bei sowas anstellt. Ja, und Sony bestätigte im Interview mit Gaming Bolt nochmal ganz klar, dass wir darüber informiert werden und das nicht wenige Minuten, bevor es losgeht. Höchstwahrscheinlich wird es dann so sein, dass es ein entsprechendes Event geben wird, wo die PlayStation 5 nochmal ganz großartig vorgestellt werden wird und dann der Preis und das Vorbestelldatum dann auch rausgehauen werden. Und ich denke mal, das klingt auch am logischsten. Das Traurige für viele Vorbestellwillige wird aber sein, dass das noch verdammt lange dauern könnte. Mit Pech nämlich erst wenige Wochen vor Release. Aber Leute, macht euch bitte keinen Druck. Ich kann mich nur wiederholen. Ich selbst habe noch nie eine Konsole vorbestellt und immer direkt einen am Release-Tag auch erhalten. Die Panik könnte jetzt aber auch was damit zu tun haben, dass es anfangs nämlich hieß, dass bis Ende März 2021 nur 6 Millionen PS5 produziert werden sollen. Was tatsächlich so ein bisschen wenig ist, auch wenn die Zahl natürlich eigentlich gigantisch klingt. Und das Ganze soll sich laut Bloomberg nun aber ändern, die hier die Zahl 10 Millionen Stück nennen. Angeblich soll Corona daran jetzt nicht ganz unschuldig sein, denn in der aktuellen Zeit Konsolen ja gefragter sind denn je. Ich selbst ging eher davon aus, dass Sony es schlicht nicht schafft, mehr als 6 Millionen Stück überhaupt zu fertigen. Bloomberg selbst ist aber stets ziemlich gut informiert, da ist dieser Zahl auch durchaus zu trauen. Und damit sollte jetzt niemand wirklich ernsthafte Sorgen haben sollen, dass er keine PlayStation 5 mehr bekommt. Ja und falls nicht, ist das doch auch am Ende kein Weltuntergang. Viele warten ja übrigens sogar freiwillig bis zur zweiten Revision, damit nämlich die ersten Kinderkrankheiten dann gleich ausgestanden sind. Und falls die PlayStation 5 Konsolen dann doch ein bisschen knapp werden sollten, könnten nun einige meiner Zuschauer mit einem Dollarzeichen in den Augen vielleicht ein bisschen enttäuscht werden. Denn die moralisch ziemlich verwerfliche Unsitte, sich dann gleich mehrere Konsolen zu kaufen, um diese dann teuer wieder zu verkaufen, ist ja leider gang und gäbe. Denn ein findiger User des Redentera Forums hat sich mal den Quellcode des PlayStation Direct Shops genauer angesehen und herausgefunden, dass es wohl beim Versuch mehrere PlayStation 5 zu bestellen, wohl folgenden Hinweis geben sollen. Sie können nur eine Version der PlayStation 5 erwerben. Falls das stimmt, gilt dies aber vorerst natürlich nur für den Direktverkauf. Wie die Händler damit am Ende umgehen werden, ist ja noch eine ganz andere Sache. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es auch hier einige Einschränkungen geben könnte. Wer mal mit etwas Hirnschmalz gesegnet ist, der weiß aber natürlich ganz genau, wie er das Problem umgehen kann. Trotzdem, mein Aufruf an alle mit solchen Gedankengängen. Lasst so ein schamloses Verhalten auch einfach sein und gönnt auch anderen eine neue Konsole, ohne euch daran zu bereichern. Danke für euer Verständnis. Und über ein Thema muss jetzt auch nochmal kurz gesprochen werden, nämlich die unterschiedlichen Vorgehensweisen von Sony und Microsoft in Sachen Exklusivspiele. Damit meine ich jetzt wirklich komplett exklusive Spiele für die jeweilige Konsole. Also jetzt nicht noch zusätzlich für den PC oder halt die Xbox One. Für die Xbox Series X soll es nämlich demnach gar keine voll exklusiven Spiele geben. Für die Playstation 5 allerdings so einige. Meine Meinung dazu könnt ihr ja bereits, denn das heißt für mich, dass die Xbox Series X ihre Mehrleistung am Ende gar nicht richtig ausspielen kann, da ja immer Rücksicht auf die Xbox One genommen werden muss. Ein Spiel kann daher jetzt gar nicht exklusiv auf den größeren Speicher, die schnellere SSD und so weiter zugeschnitten werden. Was aber halt bei der Playstation 5 bei vielen Spielen passieren soll. Meine Einschätzung bleibt daher. Die Spiele auf der Playstation 5 werden denen der Xbox Series X technisch in nichts nachstehen, trotz dass diese halt weniger Grafik Rohleistung bietet. Die Exklusivspiele werden sicherlich sogar im Schnitt deutlich besser aussehen als auf der Xbox Series X. Playstation-Film wohl? Buh! Und genau das sagt jetzt auch der Sony-PR-Chef Eric Lempel in einem Interview und geht damit sogar einen ziemlich harten Schritt. Denn er sagt auch, dass die aktuelle Generation damit hinten anstehen muss und die Playstation 5 ganz klar den Vorrang bekommt. Und ihr wisst ja selbst, dass ich von Sonys Aussagen bisher nicht allzu viel gehalten habe, aber die Aussagen vom Eric, die finde ich dann doch am Ende ziemlich gut. Zum einen den Fokus auf die Playstation 5 und dann auch die Aussage, dass bestimmte Spiele auf der Playstation 4 halt überhaupt nicht mehr möglich wären. Und nennt hier Ratchet & Rift Apart, das von der verbauten SSD ja ordentlich Gebrauch machen soll. Ja und ihr wisst ja, wie ich dieses SSD-Gelaber von Sony hasse. Hier hat Sony aber offensichtlich auch mal recht. Auch wenn SSD natürlich schon ein alter Hut sind, bieten diese natürlich in vielen Bereichen trotzdem enorme Vorteile und können ihre Geschwindigkeit natürlich nicht ausspielen, wenn das Spiel dann trotzdem noch auf der HDD der alten Generation laufen soll. Hier stehe ich daher voll und ganz hinter Sony und muss sagen, dass ich die Strategie von Microsoft jetzt nicht wirklich besonders toll finde. Gut zwar für die Besitzer der alten Konsolen, aber der technische Sprung der Xbox Series X wird dadurch glaube ich ordentlich ausgebremst. Und der Geoff Cagley, der das Interview mit Eric Lempel geführt hat, der hat auch die Tage noch ein Foto des neuen Playstation 5 Controllers rausgehauen. Und zwar ein Foto, also ein richtiges Foto, jetzt kein Renderbild und das Beste, der alte Playstation 4 Controller, der liegt einfach direkt daneben. Aber bei dem Foto bleibt es gar nicht, denn er hat auf den Games and Wands auf YouTube ein komplettes Video dazu veröffentlicht und den PS5 Controller einem ersten Hands-On unterzogen. Man sieht zwar sofort den gewaltigen Größenunterschied, den ich selbst übrigens als positiv empfinde und man kann es auch drehen und wenden, wie man will. Der Playstation 5 Controller hat sich ganz klar dem Xbox One Controller angenähert. Sony hat es endlich verstanden, dass der Xbox One Controller der deutlich beliebtere Controller war und ist. Xbox-Fanboy, buh! Nur die Sticks, die bleiben auch bei der Playstation 5 weiterhin leider sehr mildrisch, was ich dann doch ein bisschen schade finde. Gewichtsmäßig sollte dieser zwar ein bisschen schwerer als der Vorgänger sein, aber wohl nur minimal. Und hier lobt er dann auch sowohl die adaptiven Trigger als auch den Sound des Controllers, denn auch der Playstation 5 Controller wird natürlich über eingebaute Lautsprecher verfügen. Aber egal wie sehr er den Sound jetzt erlobt, jedem sollte natürlich klar sein, dass aus so einem kleinen Gehäuse natürlich kein ordentlicher Klang rauskommen kann. Auf schlechten Ton sollte sich auf jeden Fall jeder gefasst machen. Und ich denke mal, dass dieses Hands-On aber wirklich absolut objektiver und nicht von Sony gesteuert wurde, wie so viele andere Aussagen diverser Entwickler. Und daher glaube ich auch, dass uns hier ein wirklich ganz toller Controller erwartet. Eine Revolution erwarte ich vom Controller aber ebenso wenig, wie von der vermeintlich revolutionären SSD in der Playstation 5. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages, der sich natürlich auch mit den Next-Gen-Konsolen beschäftigt. Wer hätte damit auch nur im Ansatz rechnen können? Der heutige Kommentar kommt dann übrigens von Marc Eberhardt. Hallo Monty, ich würde gerne mal deine Einschätzung hören, ob Hardware der Playstation 4, wie zum Beispiel das Logitech G29 Lenkrad, auch für die Playstation 5 funktionieren wird. Vielleicht kannst du da etwas zu schreiben oder Infos in deinem Video unterbringen. Würde mich freuen, vielen Dank. Hey Marc, eine ziemlich berechtigte Frage, die ich dir übrigens leider nicht so 100% sicher beantworten kann. Klar ist bisher, dass Original Sony zur Überhörung der Playstation 4 wohl auch weiterhin auf der Playstation 5 laufen wird. Das ist zumindest mein aktueller Wissensstand der Dinge. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass auch die Hardware der anderen Hersteller darauf laufen wird. Ich hoffe das natürlich sehr, kann mir aber auch gut vorstellen, dass so ein Logitech G29 am Ende nicht laufen wird. Denn Logitech will natürlich auch neue Hardware verkaufen. Nicht umsonst funktioniert alte Hardware sehr, sehr oft nicht auf neuen Konsolen. Es ist da ja wirklich sehr, sehr schwer einzuschätzen und ich würde jetzt hier sogar auf 50-50 tippen, ob das was wird oder halt nicht. Wenn allerdings ein Hersteller diesen Service anbietet, dann könnten andere eventuell ja nachziehen. Klar dürfte aber sein, dass es keine technischen Schwierigkeiten geben dürfte. Wenn, dann hat das einzig und allein betriebswirtschaftliche Gründe. Sorry, aber viel mehr kann ich dir dazu jetzt leider nicht sagen. Und im letzten Konsolen-News-Video ging es ja auch wieder um das Thema Playstation 5 Pro und Xbox Series X2 oder XX, wie auch immer jetzt man so ein Upgrade nennen soll. Ich frage euch in der dazugehörigen Umfrage im Community-Tab folgendes. Wünschst du dir ein Konsolen-Upgrade für die Next-Gen? Oh, da habe ich auch mit einem deutlicheren Ergebnis gerechnet. Ich ging ja echt davon aus, dass sich viele sowas wünschen. Und ich schließe mich einfach mal den 20% an, die ja unbedingt gewählt haben. Denn nochmal 7 oder 8 Jahre auf mehr Leistung warten, nee, das ist gar nichts für mich. Ein Upgrade so nach 3 bis 4 Jahren darf da ja auf jeden Fall gerne kommen. 15% würden es sich zwar wünschen, hätten jetzt aber kein Problem damit, wenn sowas halt nicht käme. Und unglaublichen 37% ist es total egal und das ist ein absoluter neuer Rekord. So viel mit mir egal, das hat es glaube ich noch nie gegeben. 12% wünschen sich kein Upgrade, kommen damit aber glaube ich klar, wenn eins kommt. Und 16% wollen es auf keinen Fall. Und da frage ich mich einfach nur, warum? Eigentlich kann es ja nur ein finanzielles Problem sein, denn die Konsolen, die muss man natürlich auch irgendwie dann wieder bezahlen können. Und da verstehe ich es natürlich sogar. Aber jetzt das Finanzielle mal völlig außen vor, ich fände es absolut klasse. Trotzdem sollten wir uns glaube ich erstmal auf die kommende Next-Gen freuen, bevor wir jetzt noch eine Stufe weitergehen. Und ich habe ja bald auch eine neue Stufe erreicht, nämlich die 100.000 Abos, die sind gar nicht mehr weit entfernt. Und wer mich schneller da hinbringen will, der darf meinen Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Und wer mich sonst noch so weiter unterstützen will, dann nutzt du einfach mal einen meiner Amazon- oder Mindfactory-Links unten in der Videobeschreibung eines jeden Videos. Vor dem Kauf einfach draufklicken, egal was ihr kauft. Und ich halte eine winzig kleine Provision ohne ihren Nachteil für euch. Mit nur einem einzigen Klick supporten, wenn doch nur alles so einfach wäre. Amazon-Fanboy. Ja, genau. Vielen öfters Zuschauen. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.